Und damit, meine Damen und Herren, sind wir nach einer kurzen Umbaupause jetzt auch wirklich für Sie da und starten offiziell unser Bühnenprogramm hier auf der Plaza Stage. In diesem Jahr mit dem Themenkomplex Resilienz und Staatsreform. Es geht also darum, wie unsere staatlichen Institutionen in Zeiten immer komplexer Herausforderungen resilienter werden. Also nicht nur effizienter, sondern am Ende des Tages auch flexibler. Dieser Themenblock wird für Sie moderiert von Marc Danneberg. Er ist Bereichsleiter im Public Sektor des Bitkom. Herzlich willkommen, Marc. Ein bisschen Energie geht noch hier morgens. Kommen Sie. Mag sich was? Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Es ist total schön, jedes Jahr auf der Bühne zu stehen. Wenn die Smart Country Convention losgeht. Und ich bin total happy, diesen wichtigen Slot zur Staatsresilienz und zur zukunftsfesten Verwaltung heute auch ganz am Anfang zu haben auf der Plaza Stage. Wir wollen uns heute anschauen, was so die großen Linien sind, die wir in den nächsten drei Tagen hier auf der Smart Country Convention diskutieren. Und wir möchten darüber sprechen, was notwendig ist, um diese Linien auch verfolgen zu können und einen zukunftsfesten Start in Deutschland zu erhalten. Ich freue mich auf ein total spannendes Panel, aber wir legen los mit einem Impuls, mit einer Keynote von Frau Staatssekretärin Ina Maria Ulbrich. Sie ist die CIO in Mecklenburg-Vorpommern und da der Vorsitz des IT-Planungsrates jedes Jahr wechselt, wird sie nächstes Jahr auch den Vorsitz des IT-Planungsrates übernehmen. Das heißt, mit Blick auf anstehende Reformen im Bereich der Verwaltungsdigitalisierung ist sie die absolute Expertin. Ich freue mich, dass sie heute hier ist und möchte sie ganz herzlich auf der Bühne begrüßen. Ein schönen guten Tag auch von mir. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich auch in diesem Jahr wieder bei dieser großartigen Messe dabei sein kann. Ich freue mich auf viele, viele Begegnungen und natürlich auch auf die gleichfolgende Diskussion. Meine Damen und Herren, das Thema Resilienz und Staatsreform, Wege zu einer zukunftsfesten Verwaltung. Das ist schon ein ziemlich großes, ziemlich umfassendes Thema. Und zu Staatsreformen fällt einem sicherlich auch ganz viel ein, da kann man ganz viel sagen. Ich habe mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern da diskutiert, viele Ideen gekommen und wir haben sie diskutiert. Ich habe natürlich auch mal bei ChatGPT gefragt, was hältst du eigentlich davon, von diesem Thema, was kannst du dazu sagen? Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, da bin ich ehrlicherweise immer wieder auf einen Text zurückgekommen, den ich mal gelesen habe in einem Buch, in dem Buch von Sascha Friesicke und Johanna Sprondel, Träge Transformation, welche Denkfehler den digitalen Wandel blockieren. Das ist so ein kleines Büchlein, kann ich wirklich jedem empfehlen. Und ich habe dann gedacht, okay, für die Keynote, als Impuls für die nachfolgende Diskussion, werde ich Ihnen einfach mal aus diesem Buch den Text vorlesen, der meines Erachtens zu den ganzen Diskussionen um Staatsreform etc. passt. Der Anknüpfungspunkt in diesem Abschnitt ist die Hymne, die Hymne der französischen Revolution. Und ich lese jetzt einmal tatsächlich vor. Eine Hymne, die das Wissen darum, dass eine Revolution ein Prozess ist, widerspiegelt. Auch in dem ihr Refrain mit der Bedeutung spielt, dass Zaira, so ist der Text in dieser Hymne, sowohl bedeutet, dass ein bestimmter Prozess in Bewegung ist, etwas gehen wird und zugleich als Futurform von Zavar, es geht gut, Optimismus ausstrahlt. Es wird gehen, alles wird gut. Die Revolution, in der wir uns gerade befinden, ist eine digitale Revolution. Hier fehlt jedoch beides, eine in die Zukunft gerichtete Bewegung und Optimismus. Die Frage, ob eine Digitalisierung überhaupt stattfinden muss, ist dabei längst nicht mehr umstritten. Und es herrscht auch weitgehend Konsens darüber, dass digitaler Wandel nicht nur geschieht, sondern stattfinden muss. Doch bleiben handfeste Ergebnisse viel zu oft aus. Deutschland wird seit langem ein schwieriges Verhältnis mit Revolutionen nachgesagt. Von Lenin soll der Ausspruch stammen, dass die Erstürmung eines Bahnhofs hierzulande schon an der Angewohnheit scheitern würde, dass jeder Beteiligte meine, erstmal eine Bahnsteigkarte lösen zu müssen. Doch an welchen Angewohnheiten scheitert die digitale Revolution dann? Vielleicht müsste man Lenins Hohn noch drastischer persiflieren, wenn man verdeutlichen möchte, wie wir mit Digitalisierung umgehen. Vermutlich würden wir uns zuerst in der Frage verlieren, was ein Bahnhof eigentlich ist und welche Funktionen er, also der Bahnhof, haben sollte. Wir würden den Bahnhof auch deshalb nicht stürmen, weil wir uns angewöhnt haben, vor dem Beginn des eigentlichen Prozesses einen Workshop zu veranstalten, der das Konzept Bahnhof partizipativ, das heißt unter Anhörung aller beteiligten Parteien, erörtert. Das wäre für sich betrachtet nicht falsch. Man könnte die Chance eröffnen, in den zuvor genannten Aushandlungsprozessen einzutreten. Doch geschieht nicht einmal das. Vielmehr würden, spinnen wir das Bild ruhig weiter fort, zunächst ein Ausschuss gegründet und eine Taskforce Bahnhof 2050 eingesetzt. Für beide Einrichtungen werden hochrangige Experten gewonnen, die sich dadurch auszeichnen, dass sie in vielen anderen Ausschüssen und Taskforces sitzen. Dabei müssen sie mit Personen- und Güterverkehr eigentlich nichts oder nur ganz entfernt zu tun haben, denn das unterstützt gewiss die Ergebnisoffenheit des Denkens. Sie entwickeln nun in einem aufwändigen Prozess eine Strategie für den Bahnhof der Zukunft. Vergessen wir dabei, dass sich eine Strategie aus zwei Teilen zusammensetzt, nämlich aus einer tatsächlichen Vision, der Optimismus und einem Plan in Bezug darauf, wie man zu dieser Vision kommen möchte, die Bewegung. Die entwickelte Strategie wird am Ende nicht umgesetzt, sondern bleibt natürlich nur eine Vision, der aber den Nimbus des Zukunftigen und Innovativen anhaftet. In einem nächsten Schritt wird die Vision zur Chefsache erklärt und als Leuchtturmprojekt eingestuft, mit dem man den eigenen Erfindungsreichtum Strahlkraft verleihen kann. Der Bahnhof 4.0 ist geboren. Damit ist auch entschieden, dass es eines vollkommen neuartigen Bahnhofs bedarf, der möglichst viele moderne Technologien, Technologie ist die Lösung, spendiert bekommen wird. Die Liste der vermeintlich notwendigen Technologien wurde bereits sehr früh angelegt, also lange bevor jemand prüfen konnte, ob diese Technologien irgendein reales Problem adressieren oder gerade lösen. Doch schnell kommen die Probleme. Plötzlich meldet sich der Datenschutz, denn was hier geplant sei, dürfe so überhaupt gar nicht umgesetzt werden. Eine zweite Kommission wird einberufen, um die Arbeit der ersten zu evaluieren. Die neue Kommission hat deutlich mehr Start-up-Nähe. Wir müssen von Start-ups lernen und attestiert, wie zu erwarten war, der ersten Kommission ein Mangel an Zukunftsfähigkeit. Man müsse ganz neu denken. Neu ist besser als gut. Der Bahnhof 4.0 wird umbenannt und nun ist der Future Mobility Hub, der nicht nur dafür da ist, dass Züge dort halten können, sondern der den Kern eines ganzen Ökosystems der Smart City 2050 ausmachen soll. Natürlich hat die neue Kommission beste Kontakte in die Automobilindustrie, die anmerkt, dass eine Smart City 2050 noch immer eine Stadt sei, in der man möglichst gut Autofahren können müsse. Das eigentliche Problem sei die Parkplatzsituation. Also werden in einem medienwirksam veranstalteten Hackathon Ideen für das Parksystem der Zukunft ausgearbeitet. SRI-Sharing, E-Mobility, Park & Ride, sämtliche Parkhäuser und Mietwagensysteme sowie jeden E-Scooter, der in der Stadt herumliegt, in nur einer App zusammenfassen. Nach dem dreitägigen Hackathon fehlt nicht nur jede Idee dazu, wo eine Anschlussfinanzierung herkommen soll, sondern auch jede Orientierung darüber, wie das Projekt fortgeführt werden kann. Was tun? Ein freiwilliges Open-Source-Projekt stellt eine Liste aller öffentlichen Parkhäuser der Stadt, Transparenz führt zur Sichtbarkeit, zusammen, während sich die Nutzer darüber empören, was um der Staat so etwas nicht selber leisten kann. Und damit tritt man jemandem auf die Zehen. In der städtischen Verwaltung behält man sich rechtliche Schritte vor, denn sollte eine Liste, sei nicht für die Öffentlichkeit bestimmt gewesen. Inzwischen greift Panik um sich, dass andere Mitspieler einem aus dem Markt verdrängen können. Ist die gute alte Eisenbahn überhaupt noch das Verkehrsmittel der Zukunft? Droht nicht Disruption? Zu diesem Zeitpunkt hat schon seit Jahren niemand mehr vom Sturm auf dem Bahnhof gesprochen. Doch steht man dank seiner neuen Fehlerkultur vor einer gewaltigen Learning Opportunity? Denn all die Fehlentscheidungen, die man über Jahre weggetroffen hat, bieten sich nun an, um von ihnen zu lernen. Doch was eigentlich? Weite Teile der Bevölkerung sind inzwischen zu dem Schluss gekommen, dass es einfacher wäre, den alten Bahnhof weiter zu betreiben. Denn der hat doch immer irgendwie funktioniert. Und Lenin behielt am Ende recht. Die Revolution blieb aus. Stellt sich die Frage, wie machen wir das gerade mit unserer digitalen Transformation, mit unserem Wandel? Wo fangen wir an? Wie oft reden wir darüber, wir müssen KI einsetzen? Wie oft reden wir darüber, wir brauchen eine Plattform? Wie oft reden wir darüber, wir brauchen eine App? Doch warum und welches Problem wollen wir damit lösen? Das vergessen wir ganz oft zu analysieren. Aber damit müssen wir ehrlicherweise beginnen. Und jetzt eine Diskussion aufzumachen über eine Staatsreform, darf nicht dazu führen, dass wir mit den eigentlichen Aufgaben und mit der eigentlichen Frage, wie lösen wir denn die Probleme, die wir haben in der Verwaltung? Wie können wir den Wandel auch in der Verwaltung gestalten, dass wir diese Fragen nicht mehr klären? Ich freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank. Ich habe das Bild des Bahnhofs, glaube ich, jetzt dauerhaft im Kopf. Und ich hoffe, dass trotzdem noch ein paar Personen zu den Workshops auf der Smart Country Convention kommen. Aber jetzt freue ich mich zunächst auf die Diskussion, wie der Bahnhof entsprechend auszustatten und zu planen ist. Als weitere Speakerin darf ich begrüßen Franziska Hoppermann. Sie ist Mitglied des Deutschen Bundestages in der Unionsfraktion. Sie ist im Ausschuss für Digitales und auch im Haushaltsausschuss. Und sie ist die Berichterstatterin für Verwaltungsdigitalisierung. Und deshalb ganz herzlich willkommen auf unserem Panel. Hallo, Frau Hoppermann. Wir haben auch die FITCO vertreten und zwar mit dem Präsidenten der FITCO, mit Dr. André Göbel, der diese Position innehat seit Ende 2023 und auch ganz eng in dieser Position zusammenarbeitet mit Frau Ulbrich. Ich freue mich sehr, dass er dabei ist und die FITCO auf dem Panel vertritt. Herzlich willkommen, André Göbel. Und wir vervollständigen das Panel mit Philipp von Heling. Er arbeitet seit 20 Jahren an der Schnittstelle zwischen Politik, Verwaltung und Wirtschaft und ist verantwortlich für die DACH-Region bei AWS. Herzlich willkommen, Philipp von Heling. So, herzlich willkommen an das Panel. Wir haben eine große Aufgabe, nämlich einen Bahnhof zu planen und darüber zu sprechen, wie der so aufgestellt sein kann, dass er auch dem einen oder anderen Sturm standhält, ohne dabei die Aufgaben zu vergessen, die sich uns täglich stellen. Frau Hoppermann, ich möchte gerne mit Ihnen starten. Was ist Ihrer Einschätzung nach notwendig, dass wir den Aufgaben der Zukunft, aber auch besonderen Krisensituationen gewappnet entgegenschauen können? Also, wie muss sich Verwaltung verändern und aufgestellt sein, dass der Bahnhof standhält? Also, gegen dem, was Sie jetzt erwarten, würde ich erstmal nicht auf das Thema Digitalisierung kommen, sondern insgesamt, wie muss Verwaltung aufgestellt sein? Und das sind so die Erfahrungen, die ich gesammelt habe aus dem Bereich Corona-Krisenmanagement, aber auch den Krisen, die wir gerade haben in Bezug auf Resilienz und Sicherheit. Ich glaube, dass es Führungskräfte in der Verwaltung braucht, die da zugeschult sind und da auch immer wieder zu einem Austausch kommen, Entscheidungen zu treffen und Entscheidungen unter Unsicherheit zu treffen und vernetzt sind und dieses Silo-Denken der einzelnen Ressorts aufhört. Da kommen wir dann gleich auch zu zum Thema Digitalisierung, aber ich glaube, wir brauchen mehr vernetztes Denken untereinander, professionellen Austausch und auch Ausbildung in diesem Bereich, damit man in der Lage ist, die richtigen Menschen zur richtigen Zeit, zum richtigen Problemen zusammenzuholen und schnell zu Lösungen zu kommen. Vielen Dank. Wenn wir uns hier so bei der Smart Country Convention die Ausstellerflächen anschauen, dann wird da viel Technologie präsentiert. Und Herr von Helling, was sind eigentlich so die Möglichkeiten oder die großen Vorteile beim Einsatz bestimmter Technologien, um die Qualität des Verwaltungshandels zu verbessern und auch die Reaktionsfähigkeit des Verwaltungshandels? Es geht ja letztlich darum, Handlungsfähigkeit des Staates wiederherzustellen oder zu erhalten. Und bei Handlungsfähigkeit heißt vor allem Reaktionsfähigkeit, Geschwindigkeit. Und das ist etwas, was sehr oft in den Überlegungen, und ich fand das Bahnhofsbeispiel sehr, sehr schön, weil es zeigt, dass wir eigentlich die völlig falschen Fragen versuchen zu beantworten, sondern wie kann Staat schnell wieder handlungsfähig werden, wie kann Staat schnell reagieren können? Natürlich eignen sich dazu Cloud-Services. Und Cloud-Services sind ja nicht nur eine Infrastruktur, sondern Cloud sind eben die damit zusammenhängenden Dienste, die es eben gerade ermöglichen, schnell auf veränderte Rahmenbedingungen beispielsweise reagieren zu können, siehe Covid, oder schnell auf notwendige Anpassungen und Regulierungen reagieren zu können. Und da gibt es, und das mache ich ganz kurz, hört sich wild an, das ist aber nur ganz kurz, drei unterschiedliche Betrachtungsdimensionen. Die eine ist die staatliche Dimension. Es gibt immer mehr Staaten, die inzwischen merken, dass es Sinn macht, Resilienz eben nicht nur auf dem eigenen Hoheitsgebiet zu sichern, sondern eben ganz bewusst auch außerhalb des eigenen Hoheitsgebiets Daten und auch Datenverarbeitung stattfinden zu lassen, wenn man es denn will. Gleichzeitig von der staatlichen Ebene runter auf die organisatorische Ebene stellt man immer mehr fest, dass Cloud sich ganz hervorragend dazu eignet, sehr, sehr schnell Resilienz zu erzeugen. Also wir haben diverse Kundenbeispiele, wo wir sehen, dass zum Beispiel Migration von SAP 4HANA innerhalb von wenigen Wochen auf AWS funktioniert und sich Kunden dann entsprechend nicht mehr Sorgen machen müssen über Ausfallsicherheit und so weiter und so fort. Bis hin zur Reaktion auf Katastrophen. Und auch da gibt es ja zahlreiche Beispiele. Auf der staatlichen Ebene Ukraine. Ukraine hat inzwischen zehn Petabyte Daten in der Cloud und sagt selbst auf der Bühne, dass es ukrainische Verwaltung nicht mehr geben würde, wenn sie nicht auf der Cloud weiterlaufen würde. Innerhalb der Ukraine gibt es dann auch wieder Beispiel, aber will ich gar nicht nennen, sondern einzelne Staaten, Brasilien, Mexiko, die in Katastrophen, zum Beispiel Flut oder Erdbeben, die Cloud ganz intensiv nutzen konnten, um schnell Sensorik auszubringen, um schnell 3D-Bilder von der Umgebung zu erstellen und so weiter und das Ganze analysieren zu können. Bis hin zu, und da sind wir bei dem Beispiel Kommunen, die immer mehr merken, sich schwieriger gegen Cyberangriffe schützen zu können und dann ihre Backups entweder ganz aktiv oder auch etwas langsamer, aber innerhalb weniger Minuten, wenn man es richtig macht, die Backups so aufzusetzen in der Cloud, dass man eben nicht den Cyberangriffen hilflos ausgeliefert ist, sondern dass man sehr schnell dann auch seine IT wiederherstellen kann. Also unterm Strich, es gibt zahlreiche Möglichkeiten, Cloud zu nutzen, um Staat dabei zu helfen, wieder sehr schnell in Handlungsfähigkeit zu geraten und vor allem diese Situation, in der wir jetzt sind, mit der Rücken an der Wand, immer nur reagieren zu können, das in einen positiven Schwung zu bringen, dass man sagen kann, jetzt komm mal wieder ins Agieren. Jetzt ist es so, der Föderalismus bringt viele Vorteile mit sich, aber auch die ein oder andere Hürde, vor allem dann, wenn es darum geht, sich zu modernisieren. Und André Göbel, die FITCO, so als Arbeitsmuskel des IT-Planungsrates, ist so genauso an dieser Schnittstelle, an der Kooperation Bund, Länder, Kommunen, wenn es jetzt darum geht, wie man den Einsatz von Technologie oder auch Verwaltungsreformen priorisiert und sich darauf einigt, was ist eigentlich das, was wir jetzt so als erstes oder als nächstes angehen müssen. Was ist da ein guter Weg und wie gehen Sie das an? Ja, im Prinzip bin ich erstmal komplett bei der Verknüpfung aller drei Vorrednerinnen und Redner, denn der Bahnhof ist ein wunderbares Beispiel, genau das umzusetzen. Es ist ein Gebäude in der Kommune, es ist eine staatliche Infrastruktur, die von der Bundeseinrichtung abhängig ist und gleichzeitig wollen die Länder auch noch ihren Nahverkehr dort drüber organisieren. Also ein wunderbares Beispiel. Wie beginnt man nun genau das? Der Planungsrat hat sich ja bereits im November den Auftrag gegeben, eine föderale Digitalstrategie zu entwickeln. Jetzt könnte natürlich die Gefahr drohen, dass wir jetzt ganz lange in Workshops und so weiter die Strategie zerreden und uns möglicherweise eher den futuristischen Bahnhof zu bauen, der tatsächlich immer unterfinanziert bleibt. Oder tatsächlich in kleinen Schritten schon mal Dinge auszuprobieren, zu testen, denn so eine Strategie sollte man nie am Schreibtisch entwickeln, sondern immer in einem lebenden Kontext tatsächlich auch umsetzen. Genau das geschieht gerade. Obwohl es noch keine föderale Strategie gibt, werden erste Dinge jetzt schon verprobt, wie Kriterien beispielsweise zur Beantragung von künftigen Projekten. Wie tragen diese Projekte wiederum zu dem Portfolio bei, was sich der Planungsrat selber gibt, denn der Planungsrat verantwortet ja gleichzeitig auch Produkte, Projekte, Architekturen, Standards und letztlich auch das, was wir heute hier machen, nämlich Dialogformate. Denn eine Strategie nützt auch nichts und ein Standard nützt auch nichts, wenn wir nicht darüber sprechen. Und genau das ist die Rolle ja auch der FITRO, dieses verbindende Element in unseren föderalen Ebenen zu heben. Da haben wir sicherlich noch Anknüpfungsbedarf, auch gemeinsam mit der Bundesebene in die europäische Ebene zu schauen, denn die europäischen Richtlinien geben uns gerade mehr und mehr die Rahmenwerke auch für die Zukunft vor. Also wenn wir den Bahnhof bauen, dann brauchen wir halt auch ein interoperables System, was die Schiene in ganz Europa bedient und eben nicht nur aus einer kleinen lokalen Community heraus. Und genau diesen Auftrag so umzusetzen, dafür gibt es halt die FITCO, die föderale IT-Kooperation. Manchmal kann man das vielleicht auch in Koordination übersetzen, das gibt ein Stück weit mehr Verbindlichkeit, denn da müssen wir, glaube ich, alle noch ein Stück weit lernen in der föderalen Zusammenarbeit. Die Verbindlichkeit ist das A und O. Sie beginnt nicht nur in der Verabschiedung von Strategien, sondern in der Einhaltung der entsprechenden festgelegten Maßnahmen. Und sie endet definitiv nicht nur in der gemeinsamen Finanzierung. Das ist sicherlich dieser Tage nochmal ein ganz wichtiges Ausrufezeichen. Digitalisierung ist Zukunft und Digitalisierung kostet Geld, das ist vollkommen klar. Da müssen wir auch ein Stück weit in die Vergangenheit schauen, denn da gab es einmal viel Geld und an dieses viele Geld haben sich viele gewöhnt, das müssen wir uns auch eingestehen. Dieses viele Geld gibt es heute nicht mehr, die Corona-Milliarden, die Transformationsmilliarden. Insofern müssen wir stärker priorisieren. Dafür ist die föderale Strategie, die sich der Planungsgrad gerade erarbeitet, mit einem ganz konkreten Methodenset der Umsetzung. Also welche Projekte und Produkte werden priorisiert, wie fließen dann die Gelder da rein, enorm wichtig. Und das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Ausblick, den wir als FITCO sehr gerne mitgestalten. Frau Staatssekretärin Ulbricht, Sie hatten in dem Impuls so angerissen, wenn ich ihn richtig verstanden habe, dass es wichtig ist, quasi so diesen Blick ins Weite zu haben, also wo möchten wir hin, aber eben auch nicht das zu vergessen, was irgendwie eben täglich auch trotzdem erledigt werden muss. Und wenn Sie jetzt an der föderalen Digitalstrategie arbeiten, gerade auch so aus Länderperspektive, wie stellen Sie sicher, dass Investitionen, die da geplant werden oder quasi auch die Priorisierung von Projekten so ausgerichtet ist, dass das eben auch zukunftsfest und nachhaltig ist, diese Investitionen, die man da tätigt? Also bei der Priorisierung der Projekte kommt es natürlich darauf an, dass ich auf den Nutzen schaue. Welche Wirkung erziele ich, welchen Nutzen habe ich damit? Und das machen wir beispielsweise bei uns im Land, in Mecklenburg-Vorpommern, intensiv. Wir haben ja das OZG gehabt, das ist das Online-Zugangsgesetz, mit der Verpflichtung, alle Leistungen, alle Online-Anträge zu ermöglichen. Da haben wir als Land sehr viel geschafft. Wir sind auf Platz vier der OZG-Umsetzung. Wir haben also relativ viele Online-Dienste tatsächlich auf unserem Serviceportal. Das kann aber nur der erste Schritt sein. Und natürlich, mein Landesrechnungshof ist nicht hier, aber der Landesrechnungshof sagt immer, Online-Zugangsgeld sagt, du musst alle machen. Und dann habe ich jetzt aber mit meinem Team gesagt, nee, wir machen jetzt nicht mehr alles, sondern wir gucken jetzt viel intensiver darauf, was bringt den größten Nutzen. Und wir fokussieren uns viel stärker auch auf die Frage, wie kriege ich diese durchgängigen Prozesse hin. Denn nur, dass ich einen Online-Antrag habe, das nützt ja ehrlicherweise noch nicht viel. Wenn am Ende der bis zur Rathaustür geht oder bis zur Behördentür ausgedruckt wird und dann in irgendwelche anderen Systeme eingefasst wird. Das heißt, wir müssen also deutlich stärker gucken, wie kriegen wir die durchgängige Digitalisierung hin und dort anfangen bei den Prozessen, die den meisten Output haben. Und das ist eine Aufgabe, eine Verantwortung, jede einzelne Behörde auch für sich zu gucken, wo ist denn bei mir der Prozess, der mir am meisten Probleme bereitet, der mich am meisten stört. Und den wirklich von Anfang bis Ende anzuschauen. Da haben wir bei uns beispielsweise mit dem Start des Online-Zugangsgesetzes, mit der Umsetzung, sehr gute Erfahrungen gemacht, beispielsweise bei unserem Landesamt für Straßenbau und Verkehr. Da war ein Antrag zu digitalisieren für übergroße landwirtschaftliche Fahrzeuge. Und das war tatsächlich ein Problem, weil die Antragsteller, die Landwirte, kamen immer so kurz vor der Ernte. Kurz vor der Ernte und dann aber mit ganz, ganz vielen Anträgen. Und die Kollegen dort im Landesamt, die sind geflutet worden von Anträgen. Also haben wir im ersten Schritt die Antragstellung online gemacht und digitalisiert, immer in Abstimmung mit den Nutzern, also mit den Betroffenen tatsächlich. Und dann sind die Kollegen im Landesamt von sich aus den zweiten Schritt immer gesagt, okay, nee, also das Erste, wir können auch für die Antragsunterlagen deutlich stärker beispielsweise eben dann Technologie wie KI einsetzen, dass sie KI aus den Gutachten, die die Fahrzeughersteller liefern, selbst raussuchen, was sind für den Antrag die notwendigen Daten. Das heißt, der Landwirt braucht nur noch die Gutachten hochladen, KI liest das raus, was sind die notwendigen Daten. Und der zweite Schritt, gleich mitgedacht, KI macht daraus dann auch gleich den Bescheid mit den entsprechenden Auflagen. Dadurch haben wir eine enorme Verbesserung, Beschleunigung in dem Prozess, eine deutliche Entlastung dort in dem Landesamt und genau auf solche Sachen kommt es an. Und da kann eben KI helfen. Aber das Wichtige war vorher wirklich der Schritt zu analysieren, was ist eigentlich unser Problem. Und so gehen wir mit auch den anderen Themen bei uns im Land um, beispielsweise jetzt auch beim digitalen Bauantrag. Da ist nicht das Problem, dass ich die Unterlagen da irgendwie, also dass der Antragsteller das digital hat, sondern das eigentliche Problem ist, dass ich die Unterlagen zu allen beteiligten Behörden bringen muss. Bisher war es ja so, man musste es wenigstens drei Kopien damit einreichen. Aber dieser Transport in die anderen Behörden, das war das eigentliche Problem, weshalb die Kollegen bei uns darauf gekommen sind, okay, wir brauchen diesen digitalen Vorgangsraum, um eben die Sachen zu verbreiten. Und das ist die Herangehensweise und damit erziele ich die Effekte und das ist dann auch der Ansatz für die Priorisierung. Womit erziele ich also die höchsten Effekte und da muss ich ansetzen? Wenn ich mir an der Stelle auch so ein ganz kurzes Bitkom-Statement erlauben kann, ich glaube, das ist genau der Punkt, dass man grundsätzlich diesen Anspruch zu haben, alle staatlichen Services sind online, ist wichtig. Aber diese Priorisierung und vielleicht Fokussierung auf die Verwaltungsleistungen, die eben besonders häufig genutzt werden, für die die allermeisten Verwaltungsprozesse abgebildet werden, das ist rückblickend wahrscheinlich ein Thema gewesen, das wir früher hätten in den Blick nehmen müssen. Es wurde ja gemacht, wir haben ja die Fokusleistung. Also wir haben es ja bundesweit auch gemacht mit den Fokusleistungen. Das war beispielsweise dann auch bei uns im Land, dass wir eben genau auch darauf den Fokus gesetzt haben und die als erstes dann auch umgesetzt haben und vor allen Dingen dann auch dafür gesorgt haben, dass die flächendeckend in allen Kommunen auch zur Verfügung stehen. Das ist beispielsweise auch so eine Sache. Wir reden ja hier auch über Staatsreform, Zusammenarbeit, womit ja nicht nur die Zusammenarbeit zwischen den Bundesländern gemeint ist, sondern ja auch die Zusammenarbeit mit den Kommunen. Wie kriegen wir das eigentlich hin? Denn wir haben in Deutschland sehr, sehr, sehr viele Kommunen. Allein bei uns im Land 700 so ungefähr. Einige haben sich zusammengeschlossen. Also wir reden mal so ungefähr von 100 Einheiten, Verwaltungseinheiten auf kommunaler Ebene, die Ämter-Ebene. Aber das sind eben auch noch 100 und da muss ich erst mal überall die Leistungen anbieten. Und das Problem an der Stelle ist doch wieder in dem Amt vor Ort. Da haben die vielleicht, wenn sie für IT jemanden haben, gut, aber meistens macht das dann noch irgendwer mit. Da kann ich ehrlicherweise nicht erwarten, dass die jetzt all die Leistungen tatsächlich auch noch digital anbieten. Deshalb haben wir das bei uns im Land so gemacht, dass wir das eben zentralisiert haben, dass wir zentral unser M4Service-Portal als Plattform zur Verfügung stellen für die Kommunen, dass wir auch den Rollout dieser Online-Leistung, auch der EFA-Anträge, dass wir den zentral organisieren, um die dann eben entsprechend genau in den Kommunen anladen zu lassen. Wir haben direkt jetzt auch schon Wortmeldung. Ich würde erst genau einmal Frau Hoppermann und dann Herr von Heling. Das ist genau der entscheidende Punkt auch für die Bundesebene. Also Sie haben gerade vom Landesrechnungshof gesprochen. Ich kann da mal vom Bundesrechnungshof ergänzen, der gerade einen Bericht rausgebracht hat zum OZG. Und der, ehrlich gesagt, nicht zu Unrecht kritisiert, dass das ganze Geld, was wir ausgegeben haben für OZG, dass 93 bis 95 Prozent davon nicht genutzt werden oder nur von einer Kommune genutzt werden, weil es nicht organisiert ist, dass die Dinge, die einmal entwickelt worden sind, dann auch von anderen mit- und nachgenutzt werden. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Also wir brauchen am Ende schon alles, aber das EFA-Prinzip muss dann auch wirken und auch durchtragen. Und da müssen wir, wenn wir wieder bei diesem Bahnhofsbeispiel sind, ich weiß, dass Mecklenburg-Vorpommern den elektronischen Bauantrag für alle entwickelt hat, aber dann muss das sozusagen so funktionieren, dass es auch einfach an die anderen Bauordnungen der Länder so adaptierbar ist und von den Lizenzkosten auch geregelt ist, dass das auch nachgenutzt wird. Sonst geben wir den Euro nämlich nicht einmal, sondern zehnmal aus, bis wir digitalisiert sind. Und das Problem der Ende-zu-Ende-Digitalisierung ist ja auch in sehr komödiantischer Weise im Sommer in Spezialberichten auch nochmal durch die Republik gegangen. Also das ist ja genau unser Problem. Wie kriegen wir das hin? Ich finde nur, es ist ein Unterschied, ob ich aus Verwaltungssicht gucke, was sind unsere kompliziertesten Prozesse, oder ob ich vom Nutzer her gucke, was sind für die Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen die Prozesse, die am kompliziertesten sind oder die Massenverfahren sind. Also ich kann nur nochmal sagen, ich habe ja auch ein Leben vor dem Bundestag gehabt und komme aus der Landesverwaltung in Hamburg, das Miterste, was digitalisiert wurde, war der digitale Aufgrabungsschein. Ja, sowas ist vielleicht auch ein Quick-Win, aber es ist jetzt irgendwie nicht so das Massending, was die Bürgerinnen und Bürger, wenn sie mit Verwaltung in Kontakt tritt, das Thema ist. Und die Bundesebene muss dann, und da sind wir sozusagen in der Frage, wie organisieren wir die vertikale Zusammenarbeit in unserem Land, muss dafür sorgen, ich sehe da hinten, da steht Registermodernisierung, wir müssen die Leitplanken dafür setzen, auf Bundesebene, damit das Ganze noch schneller und einfacher funktioniert. Dafür muss geklärt sein, wie funktioniert das eigentlich mit digitalen Identitäten, wie werden Daten untereinander ausgetauscht, was ist das Format und über welches Konto kommunizieren die Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen mit uns als Staat. Und die Idee aus dem Vermittlungsausschuss zum Mozart G 2.0, glaube ich, hat da Ansätze, dass das funktionieren kann. Es muss jetzt aber auch, und da bin ich bei den Haushaltsverhandlungen, Frau Feser war ja gerade hier, da müssen wir wirklich gucken, dass die Verabredungen eingehalten werden und dass es auch wirklich vorangeht. Weil sonst verspielen wir wieder Zeit, die wir ehrlich gesagt nicht mehr so wirklich haben. Und ich bin ganz dankbar, dass das Stichwort Europa gefallen ist. Ich bin auch zuständig für einige europäische Gesetze und deren nationale Umsetzung. Wenn wir Europa nicht hätten, würden wir noch viel weiter zurückhängen, denn Europa sozusagen schubst Deutschland da auch nach vorne. Und zwar, jetzt diskutieren wir am Donnerstag im Plenum den Digital Governance Act. Wir haben jetzt den Data Act diskutiert. Es ist ganz vieles, was da los ist. Und das ist für uns, ehrlich gesagt, ganz gut. Es macht es nur ein bisschen, also wir könnten besser sein. Herr von Heling. Mir fällt wahnsinnig viel dazu ein, aber erstmal bin ich ja komplett bei Ihnen und es ist wahnsinnig viel Richtiges gesagt worden auch. Also von den Nutzern und Nutzern anzufangen, und so hatte ich Frau Ubrich auch verstanden, dass Sie wirklich geschaut haben, was ist tatsächlich dringlich für Nutzerinnen und Nutzer, sowohl Bürgerinnen und Bürger als auch Unternehmen, im Land oder im Staat. Da anzufangen ist essentiell. Und dann sollte man sich aus meiner Sicht aber nicht einbilden, dass man als Staat dann all das zur Verfügung stellen kann, was notwendig ist. Wir reden ja über eine Basis-digitale Infrastruktur, wenn man so will. Und da reden wir auch nicht drüber, einer für alle. Die Idee ist ja wahnsinnig gut. Einer für alle Prinzip finde ich wahnsinnig gut. Das Problem ist nur, dass wir es wieder typisch deutsch machen und einen monolithischen Applikationsblock dahin setzen, durch irgendein Land, was in Vorleistung geht, und uns dann wundern, dass es in anderen Bereichen nicht genutzt wird. So funktioniert es nicht. Wir sehen in anderen Ländern, in anderen Staaten zahlreiche Beispiele, dass genau dieses Einer-für-alle-Prinzip ja richtig ist, aber eben nicht auf einer monolithischen Komplettapplikationsebene, sondern auf einer Teilservice-Ebene, also Microservices. Da geht es um den Identifizierungsservice, da geht es um den Bezahlservice, da geht es um den Datenaustauschservice und ich könnte ewig weitermachen. Und das sind genau diese Schnipsel, die in einer digitalen Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden können, aber eben auch nicht alleine durch den Staat, sondern durch die jeweils Besten, die dazu ihre Angebote unterbreiten können. Und dann können die Kommunen, und das ist auch verfassungsrechtlich ja dann alles in Ordnung, Kommunen, Länder und Bund können dann wählen, ob sie dieses Angebot nutzen oder nicht. Am Ende entscheiden dann die Kommunen, ob sie das Angebot nehmen in einer privaten Infrastruktur, mit möglicherweise Restriktionen in der Skalierbarkeit und so weiter, oder aber das Angebot nehmen von einem Hyperscale, wie zum Beispiel AWS, was dann eben auch Skalierbar und so weiter ist. Ich will aber gar keine Werbung machen. Ich will nur dafür plädieren, dass wir runter müssen von dieser Idee, Staat muss alles vordenken, sondern wir müssen sagen, was kann Staat tun, um ein Flywheel zu bauen, um die Voraussetzungen zu schaffen, dass sich aus Privatwirtschaft, Wissenschaft und Staat Kooperationen ergeben, die schnell die Lösungsbestandteile zur Verfügung stellen, die dann die Nutzerinnen und Nutzer beziehungsweise die Kommunen, die Organisationen so zusammenstöpseln können, wie sie es brauchen. Und das Thema Kosten, letzte ganz kurze Anmerkung, Sie sagen zwar, es wird weniger Geld ausgegeben, aber es wird ja wahnsinnig viel Geld ausgegeben. Wir versenken ja wahnsinnig viel Geld für eben solche Lösungen, die dann nur bedingt oder nur in einem ganz bestimmten Kontext funktionieren. Und wenn dann was ausgetauscht werden muss, fällt gleich das ganze Gerüst in sich zusammen oder es dauert wieder Jahre, bis es verändert ist. So kommen wir nicht weiter, sondern ich denke, Plädoyer, Microservices in einer digitalen Infrastruktur. Adrigel. Ja, da kann ich nur dran anknüpfen und sagen, ja, dafür braucht es aber auch eine gemeinsame Marschrichtung und dann eben auch eine Koordination genau der Fähigkeiten, die Frau Hoppermann ja auch gerade angemahnt hat. Und davon haben wir noch zu wenig. Gleichzeitig sind aber auch wichtige neue Gerüste entstanden. Nehmen wir mal die GAV Digital als Gemeinschaft der öffentlichen IT-Dienstleister, die sich zusammengefunden hat. Die FITQ, die jetzt dreieinhalb Jahre aufgebaut, beziehungsweise in Arbeit ist und natürlich auch immer noch diese Skalierungseffekte nachweisen muss. Denn noch sind sie in dieser Form noch nicht da. Wenn weder solche große Förderkulissen kämen, wir könnten heute zwar besser als noch zur Corona-Zeit, aber wir würden noch nicht perfekt damit umgehen. Und um tatsächlich diesen Transformations-Switch zu schaffen, brauchen wir natürlich genau die Kompetenzen, die überhaupt die Auftraggeberfähigkeit mitbringen. Sonst haben wir einfach nur Geld. Und dann kommen ganz, ganz viele tolle Hochglanzprojekte und Produkte und Flyer, die uns dann die Welt erklären, wie wir das Geld gut investieren können. Aber de facto ist dann das Einzahlen auf eine gemeinsame Plattform-Ökonomie eben nicht gegeben. Und dann haben wir die Interoperabilität nicht. Und dann haben wir vielleicht 575 Einzelende-zu-Ende-digitalisierte Prozesse aus der Bürgerinnen- und Unternehmensperspektive. Und ich plädiere auch immer noch mal den Blick auf Unternehmen zu nehmen, weil da sind unsere Power-User. Haben wir dann eben doch kein einheitliches Nutzererlebnis, sondern 575 Erlebnisse. Das kann nicht die Zukunft sein, jedenfalls nicht 2024. Das mag 2014, 15, 16 vielleicht noch ein bisschen anders gewesen sein, aber gerade, weil es die großen Plattformen oder eben die Etablierung von Plattformen und auch von interoperablen Infrastrukturen so noch nicht etabliert gab. Ich denke, wir haben heute viel bessere Werkzeuge als noch zu der damaligen Zeit. Insofern scheue ich mich auch nicht, wenn die föderale Gemeinschaft sagt, wir wollen mehr in ein zentrales IT-Budget investieren. Das ist kein Problem. Es gibt nur ein zentrales IT-Budget, das ist halt bei der FITCO, was man föderal ausgeben kann. De facto muss man sich aber mal klarstellen, dass wir nur einen Bruchteil einer Großstadt an tatsächlichen IT-Budget in der FITCO gemeinsam verantworten. Und das ist gemessen an den riesigen Herausforderungen, die wir föderal haben, sicherlich auch noch ein Appell in die Zukunft, wie wollen wir genau diese gemeinsame Steuerung aus Bund, Ländern und Kommunen, dort, wo die Leistungen ankommen müssen, gemeinsam vorantreiben, damit die Gelder, die wir gemeinsam tatsächlich sehr viel haben, und da hat William von Hahn auf jeden Fall recht, wir haben sehr viel IT-Budget in Deutschland. Es ist nur nicht fokussiert in der Pipeline. Frau Ulbrich, Sie hatten vorhin eine Wortmeldung. Da können Sie gerne darauf eingehen und ich gebe Ihnen vielleicht gerade noch, sozusagen können Sie dann zusätzlich auch noch den Ball aufnehmen von André Göbel, der eben die Zusammenarbeit angesprochen hat. Und ich glaube, wenn wir über Reformen sprechen, dann ist das Thema der Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen total wichtig. Und mich würde interessieren, ob Ihrer Einschätzung nach wir an dieser Zusammenarbeit auch was verändern müssen oder ob wir aktuell mit quasi der, ich nenne das mal Zusammenarbeitsstruktur, die wir haben, eigentlich unsere Probleme lösen können. Also vielleicht mal Zusammenarbeit mit der Wirtschaft. Da haben Sie einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, weil das ist tatsächlich so eine Herausforderung in der Verwaltung, weil wir immer meinen, wir müssen alles selbst entwickeln. Und wir müssen eigentlich vielmehr dahin gucken, wo läuft was gut. Lass uns das adaptieren, lass uns das übernehmen. Und das ist unter anderem auch, haben wir unter anderem auch sehr intensiv diskutiert, auch im Rahmen unserer Strategie, unserer föderalen Strategie, die wir gerade erarbeiten. Und wir haben ja deshalb ganz explizit jetzt auch begonnen, den Weg in Richtung Wirtschaft, also auch wirklich echte Einbeziehung der Wirtschaft zu gehen und uns zu öffnen, beispielsweise beim Standardisierungsbord, wo Wirtschaft Entscheidungskompetenz hat, mit am Tisch sitzt, mit Entscheidungskompetenz. Und das ist der Weg, den wir noch konsequenter tatsächlich weitergehen müssen. Und ich hatte mich gemeldet, weil Sie ansprachen, elektronische Identitäten. Wenn ich aus Nutzersicht gucke, dann brauche ich keine Identitäten, dann brauche ich genau eine Identität. Eine Identität als Bürger, die ich nutzen kann in der Verwaltung, im Gesundheitsbereich, aber auch gerne in der Wirtschaft. Und dann nutze ich sie auch. Das ist nach meinen Erfahrungen, nach meinen Gesprächen auch mit anderen oder in anderen Ländern, der Schlüsselfaktor. Wir brauchen nicht mehrere Identitäten, sondern wir brauchen eine Identität, die ich eben nutzen kann. Weil im Moment ist es doch so, also ich habe natürlich eine Anmeldung, ich habe auch den elektronischen Personalausweis, klar. Aber wenn Sie mich nach einem Passwort fragen oder so was, weiß ich nicht, weil ich den viel zu selten anwende. Und wir brauchen eine Identität, die ich eben sowohl bei der Verwaltung als auch beispielsweise beim Online-Banking, als auch beispielsweise bei meiner Versicherung, bei den Stadtwerken oder so was, die ich immer wieder anwenden kann, dann nutze ich sie auch. Und dann bringt sie auch was. Im Moment ist es so, dass ich gerade eine Aufforderung habe, jetzt für das elektronische Gesundheitswesen, mir dann eine neue elektronische Identität zu beantragen. Ich frage mich, warum nehmen wir dafür nicht die Bund-ID beispielsweise? Ich wäre da sofort dabei. Es gibt ja die EIDAS-Verordnung auf europäischer Ebene, aber es geht ja darum, wie setzen wir das national um? Und da gibt es einfach gerade, wie will ich es mal ausdrücken, ziemlich einen Streit innerhalb der Koalition, wie machen wir das? Und wer macht das eigentlich? Und was ist führend? Ist die Steuer-ID führend? Ehrlich gesagt, als Ausweisdokument, das ist ja auch bei der Registermodernisierung die Frage, was ist da führend? Da habe ich auch viel Sympathie für, als Erkennungsmerkmal untereinander, weil die habe ich ab Geburt. Genau. Also wir haben da keinen Dissens. Ich brauche nicht mehrere Identitäten. Die Frage ist aber, der Bund muss vorgeben, was ist es denn jetzt und wie funktioniert das und muss dafür die rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen. Im Übrigen habe ich dann mehrere Identitäten zu steuern, wenn ich Kinder habe. Über den Punkt ist noch gar keiner so richtig gestolpert, aber wie steuern Sie für Ihre drei... Auch dafür gibt es Lösungen. Ja, weiß ich alles. Auch wenn man nach Dänemark gucken will. Ich bin da nicht das Problem. Aber die Frage ist, welche Entscheidung wird auf bundesgesetzlicher Ebene dazu getroffen und was gilt dann? Meine Aussage war schlicht, der Bund muss das Thema Registermodernisierung und das Thema digitale Identitäten nach der AI-DAS-Verordnung lösen, bevor wirklich Schwung reinkommen kann in das breites Thema Verwaltungsdigitalisierung. Weil das mit zu den Leihplanken gehört, wie wir miteinander kommunizieren und arbeiten. Nein, ich glaube, wir haben noch ein anderes Thema, was wir angehen müssen und zwar intensiver angehen müssen. Wir reden jetzt ganz viel wieder von Technologie, was man IT-mäßig machen muss. Was wir aber eigentlich machen müssen, ist auch Verwaltung aus Nutzerperspektive zu denken. Beispielsweise, ich hatte jetzt... Also wir haben ganz viele Online-Anträge mittlerweile auf unserem Serviceportal. Kommen wir nochmal darauf. Problem ist, sie werden aber noch nicht genutzt. Woran liegt das? Fehlen eine Bekanntheit unter anderem. Da habe ich gedacht, okay, wir müssen jetzt Öffentlichkeitskampagne, also wir müssen die irgendwie bekannt machen, damit die Leute auch wissen, okay, da gibt es schon was. Trauen sie einem ja immer nicht zu. Das ist ja auch immer so eine Sache. Wir sind ja auch, im Sinne von Optimismus, wir haben ja auch schon viel erreicht. So, das heißt, wir müssen das aber publik machen, wir müssen das auch bekannt machen. Da habe ich angefangen, weil ich da gerade mit jemandem gesprochen habe, wollte ich dem zeigen ganz stolz, welche Sachen wir da alles haben. Dabei ist mir wieder aufgefallen, wir haben es bei unserem Serviceportal sehr nutzerzentriert entwickelt und erarbeitet unter Einbeziehungen von Bürgerinnen und Bürgern. Oberfläche sieht ein bisschen aus wie Google, also sehr klar und aufgeräumt. Aber je weiter sie dahinter kommen, je unaufgeräumter wird das, je mehr Text haben sie drauf. Das heißt, wir müssen das Bewusstsein in der Verwaltung schaffen. Leute, wir müssen einfach kommunizieren. Es macht keinen Sinn, wenn ich einen Online-Dienst habe mit Begrifflichkeiten und Abfragen an den Bürger oder an den Unternehmen, die kein Mensch versteht, wofür ich ein juristisches Studium brauche. Und das ist der zweite wesentliche Punkt, wenn wir Verwaltung zukunftsfest machen wollen, wenn wir Verwaltung transformieren wollen, müssen wir auch den Kulturwandel haben, komplett in der Verwaltung. Das ist eine große Verantwortung. Ich finde Nutzerperspektive extrem wichtig, sowohl aus Verwaltungssicht, aber natürlich auch aus Sicht der Unternehmen und der Bürgerinnen und Bürger. Und ich glaube, was man ja schon lange vorhatte so mit diesem Portalverbund, ist quasi, man hat so einen Einstieg und findet überall hin. Und meiner Einschätzung nach hat das bisher noch nicht so richtig gut funktioniert. Und ich glaube, was wirklich notwendig ist, wenn man auch darüber spricht, wie Unternehmen und Bürgerverwaltung nutzen, dann ist das eben ein Zugangstor zur digitalen Verwaltung. Was sozusagen unter der Haube ist, darüber kann man sprechen. Aber ich glaube, aus Nutzersicht weiß ich häufig gar nicht, ist das jetzt irgendwie eine Bundes- oder eine Landesleistung und wo muss ich eigentlich loslegen? Also das ist, glaube ich, sehr wichtig. Jetzt hatten wir auch eine Wortmeldung von Herrn von Heling und es gab vorhin ein Plädoyer für eine starke digitale Identität. Und ich frage mich, ob das so ein bisschen dem Plädoyer widerspricht für ein Ökosystem unterschiedlichster Lösungen. Wie ist da die Einschätzung dazu? Also vielleicht zu dem Beispiel eben digitale Identität und das ist komplex. Die anderen Staaten, da braucht man ja auch nur rechts und links zu schauen, sind ja auch nicht trivial. Wenn wir jetzt Indien nehmen als Beispiel, die haben ein digitale Zahlsystem und Indien ist traditionell eigentlich eher offline im Zahlsystem gewesen, ist innerhalb kürzester Zeit zu über 80 Prozent Nutzung dieser digitalen Zahlmethoden. 300 Millionen Nutzerinnen und Nutzer, 50 Millionen Small Businesses, also Geschäfte, 50 Millionen Händler, Anbieter, die sich dort beteiligen. Die haben dadurch, dass es, und da sind wir wieder beim Thema Nutzerzentrierung, dass es einfach ist, sich einzuwählen, dass es einheitlich ist, dass sich alle im Prinzip mit den gleichen Schnipseln Code dort ihre Lösungen aufbauen können. Dadurch ist es ganz einfach zugänglich geworden und hat die Leute auch überzeugt. Und da sind wir, glaube ich, auch bei so einem Punkt Nutzerzentrierung. Das sagen wir sehr, sehr oft und ich will Ihnen gar nicht unterstellen, dass da noch Raum für Verbesserung ist. Aber ich glaube, wenn wir uns wirklich an die eigene Nase fassen, dieses konsequent, sich nach den Nutzern zu orientieren und ich spreche jetzt hier für Amazon, das ist ja genau das, was uns auch treibt. Die Amazon, das Amazon-Portal besteht ja auch aus zahlreichen Microservices. Da sind ja zahlreiche Services drunter, die jeweils in dieses einheitliche Portal, was Nutzerinnen und Nutzer gar nicht merken, was da letztlich dahinter steht. Und das geht auch. 90 Prozent dessen, was wir entwickeln, entwickeln wir, weil Kunden uns zurückspiegeln, dass es Dienste sind, die gebraucht werden und die positiv sind. Nur die 10 Prozent, wo wir voraussehen, dass sich vielleicht was entwickelt, sind Dinge, die nicht aus dieser Richtung kommen. Und ich glaube, das ist tatsächlich essentiell. Die Identität, vielleicht dazu noch ganz kurz, komme ich aber wieder zurück zu dem, was ich eingangs gesagt habe. Ich glaube, wir müssen aufhören, die Dinge von A bis Z zu Ende und in Eigenleistung bauen zu wollen, zu denken. Und ich glaube, wir müssen auch einfach anfangen und anfangen mit kleineren Lösungen, so wie Sie das eben auch dargestellt haben. Mit kleineren Lösungen anschauen, die dann aber auch skalierbar sind. Wenn ich an künstliche Intelligenz denke, wie viele Proof of Concepts habe ich schon gesehen in den letzten Jahren? Nicht einen einzigen kenne ich, der tatsächlich in Betrieb gegangen ist. Warum? Weil wir nicht von Anfang an erstens nutzerzentriert gedacht haben und das sind in dem Fall Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, die dort vielleicht entlastet werden können und zweitens auch nicht an die Skalierung gedacht haben. Und deswegen ist es in irgendwelchen Keller-Servern, so kann AI nicht funktionieren, wenn ich in Keller-Servern Proof of Concepts baue. Da kann man mal zeigen, was es ist, aber da kriege ich es nicht skaliert. Aber dabei will ich es jetzt erstmal belassen. Herr Dr. Göbel hat es sich ja auch gemeldet. André Göbel. Ja, weil es ein wunderbarer Aufschlag war, denn alle, die jetzt hier so im Raum versammelt sind und das schon seit Jahrzehnten quasi wiederholen von media.com über CeBIT bis heute, die können im Prinzip unsere Reden fast austauschen. Und das ist natürlich erstmal ein schlechter Moment so, weil das ist keine Motivation, so wie es vorhin im Vortrag dargestellt wurde. Aber was sich geändert hat, ist, dass wir uns nicht mehr auch in den politischen Reden nicht mehr zu fein sind, in den Motorraum, in den Maschinenraum zu schauen. Und was müssen wir tatsächlich im Kern verändern, damit wir genau das, warum es halt heute Hyperscaler gibt, die auf Web-Services gemeinsame Plattformen, Quatsch, Plattformen mit gemeinsamen Web-Services aufgesetzt haben, tatsächlich so erfolgreich sind. Das können wir auch als Staat. Heißt aber, wir müssen in den Maschinenraum gucken. Wir müssen die dreckige Arbeit im Hintergrund machen, unsere Verwaltung im Kern diese Infrastruktur auch zur Verfügung zu stellen. Und das beginnt im natürlich Infrastrukturnetz, wie bekomme ich tatsächlich auch die Kommunen angebunden, wie bekomme ich Interoperabilitäten zwischen unseren Systemen hergestellt, wie schaffe ich es zu verhindern, eben den weiteren Log-In-Effekt aufzusetzen, weil das sind die Kosten für uns in der Zukunft. Und das ist alles lösbar. Die Konzepte sind da. Wir können das beginnen. Das Gemeinsame darauf einzahlen, dass wir sagen, wir müssen die Standards und Architekturen zügig gemeinsam verabschieden und verbindlich erklären. Und jeder, der das nicht einhält, der bekommt eben auch kein Geld. Also einen Sanktionsmechanismus einzuführen und eben nicht einen Sanktionsmechanismus aus einer Bürger- und Unternehmensperspektive zu setzen. Wenn jetzt meine Genehmigung nicht erteilt wird, dann gilt halt die Genehmigungsfiktion. Das ist wunderbar, aber das würde unseren Staat destabilisieren oder eben Mehrkosten verursachen, weil wir halt die Medienbrüche nicht bearbeitet haben. Dann brauchen wir halt mehr Mitarbeitende, um das umzusetzen. Das sind unsere Zukunftskosten. Diese Kosten entstehen aber, ohne dass wir die Mitarbeitenden dafür eine Zukunft haben. Heute wurde es hier direkt im Anfangspanel ja auch in der Eröffnung gesagt, bis 2030 werden wir altersbedingt eine Million Fachkräfte verlieren. Wann, wenn nicht jetzt, müssen wir genau in diese Infrastrukturen aus Software-Services, aus Interoperabilitäten, aus Register-Modernisierung, sprich Wons-Only-Prinzip und unseren Datenprozessen investieren, damit wir tatsächlich diese interoperable Perspektive bekommen. Und das wird auch günstiger. Das muss man allen als Business Case auch vorrechnen, insbesondere den Haushältern. Wir wollen uns ja nichts Böses. Wir wollen ja einfach nur dargestellt haben, ist das Steuergeld gut investiert. Und dann müssen wir uns alle, die so seit der CeBIT oder MediaCom dabei sind, klar sagen, das haben wir nicht immer geschafft. Das haben wir manchmal nicht geschafft auszugeben, weil die Infrastruktur aus Personal nicht da war, sprich die Kompetenzen in den Umsetzungseinheiten waren nicht ausreichend da und das haben wir manchmal auch nicht geschafft, weil schlichtweg der Umsetzungswille auch nicht da war. Das Momentum, was ich jetzt im Moment spüre, ist ein anderes. Wenn ich allein auf Beschlüsse des Planungsrates schaue, wie die gemeinsame EVA-Finanzierung, dieses Jahr in ein Solidaritätsprinzip eingetreten, Roll-In- und Roll-Out-Strukturen gemeinsam finanziert, obwohl nicht alle Länder von dieser gemeinsamen Finanzierung profitieren, da muss ich sagen, da war ich echt überrascht, dass das geklappt hat. Schauen wir mal für die Zukunft, ob das genauso klappt, denn das ist die Entbürokratisierung der Digitalisierung. Wir hatten nämlich Dutzende Verträge genau für diesen Kontext des Roll-Ins und Roll-Outs zu verantworten, zu koordinieren, damit sie über den gemeinsamen Marktplatz abgewickelt werden können. Das war von heute auf morgen nicht mehr notwendig. Wir konnten uns um Umsetzung kümmern und nicht mehr um Verträge. Und das ist wichtig zu verstehen, auch aus einer politischen Perspektive, wie viel Vertrauen schenkt man sich gegenseitig in eine gemeinsame Steuerung, in eine gemeinsame Finanzierung von Dingen, die wir deutschlandweit gemeinsam nachnutzen wollen. Und da geht es nicht sofort um Zentralisierung. Also bei Zentralisierung sagen wir, oh, jetzt schon wieder der Bund. Nein, Zentralisierung kann auch ein Land für viele sein. Zentralisierung heißt manchmal auch einfach nicht einfach, einer für alle, sondern einheitlich für alle, die zentralen Strukturen aufzubauen. Und da sehe ich im Moment eine Phase, wo ganz viel zusammenläuft. Hoffentlich wird es nicht ausgebremst, weil die anderen sagen, es ist viel zu langsam, es kostet zu viel Geld. Da muss man ein Stück weit durchhalten, so wie wir von anderen Ländern, heute wurde schon Dänemark, Lettland haben wir zitiert, man braucht am Anfang dieses Durchhaltevermögen auf gemeinsame Ziele einzuzahlen, klare Sanktionsmechanismen einzuführen. Es gibt kein Geld, wenn wir nicht die gemeinsamen Ziele unterstützen und wenn das, was ihr selbst investiert, auch auf diese gemeinsamen Ziele einzahlt, sonst haben wir halt den Flickenteppich von 11.000 Kommunen, 16 Bundesländer, ein Bund in einem Europa. Wenn es ein Bund wäre, also ehrlich gesagt, Ressortprinzip, ganz klar, ganz klar. Was ja beide Beispiele zeigen ist, dass es eine zentrale Steuerung braucht und eine Zentralisierung braucht, im Sinne von, wer guckt auf diese Prozesse, also es ist viel Geld im System, aber und das führt zu wahnsinnigen Redundanzen, wenn es nicht koordiniert und zentral gesteuert ist. Nutzen Sie auch bei der Finanzierungsfrage die Privatwirtschaft, also wir investieren in den nächsten Jahren in Deutschland knapp 17 Milliarden Euro, davon allein 7,8 Milliarden Euro in Brandenburg in die sogenannte European Sovereign Cloud. Die restlichen Investitionen gehen nach Frankfurt. Sie können das nutzen, Sie brauchen ja gar nicht, Sie zahlen auch nur das, was Sie gebrauchen. Das ist ja der Witz an Cloud, Sie brauchen eben nicht diese Vorab-Investition, sondern Sie zahlen genau nur das, was Sie nutzen. Und lassen Sie die Privatwirtschaft, wie jetzt in dem Fall uns, aber da gibt es ja auch noch andere, lassen Sie die in die Infrastrukturen und in die Plattformen und möglicherweise auch Services investieren, aber nutzen Sie das, was auf dem Markt verfügbar ist. Und natürlich nicht exklusiv nur einen, sondern durchaus ein bisschen breiter gefächert, aber die Unterschiede, die gibt es durchaus, sind aber auch Kompatibilität ist daher herstellbar. Insofern nutzen Sie das und können dann, dann sind Sie ja ganz anders in der Lage, Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben nicht zu 80 Prozent in diese Basis-Themen zu schieben, die es überall auf der Welt inzwischen gibt und am Ende kriegen Sie es sowie trotzdem eben nicht in der Qualität hin, sondern Sie können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und das ist auch motivierend, in die Mehrwert-Services setzen. Da, wo tatsächlich Mehrwert entsteht, für die Nutzerinnen und Nutzer, für die Bürgerinnen und Bürger, für die Unternehmen, da müssen die Leute eingesetzt werden. Und dann findet man auch wieder Fachpersonal, weil das Fachpersonal weiß, wenn die auf solchen Infrastrukturen arbeite und mich dann vielleicht doch entscheiden sollte, in fünf Jahren nicht mehr für die Verwaltung, sondern für Mercedes oder BMW oder wo auch immer zu arbeiten, das geht. Das sind nämlich die gleichen Technologien. Und das kriegen wir zurückgespiegelt aus öffentlichen Institutionen, die sagen, plötzlich kriege ich auch die Leute, weil die wissen, sie sind in modernen Architekturen unterwegs. Und ich glaube, das, deswegen nutzen Sie Privatwirtschaft, nicht exklusiv, aber in jedem Fall. Wir sind drin, also ganz kurz Haken dran, weil alle Hyperscaler und auch unsere mindestens zwei europäischen Leuchttürme sind Anbieter über das Cloud Service Portal für die DVC, für die deutsche Verwaltungscloud. Also ja, wir machen genau das, aber es sind die ersten zarten Pflänzchen und da muss man auch das Durchhaltevermögen mitbringen, diese zarten Pflänzchen tatsächlich gedeihen zu lassen. Also wir haben diskutiert über Finanzierung, Zentralisierung der Finanzierung, wir haben diskutiert über einen Zwang oder eher eine sanfte Zentralisierung über ein Ökosystem und wir haben deshalb, glaube ich, auf jeden Fall die großen Linien für die nächsten drei Tage angesprochen. Ich möchte zum Abschluss noch quasi einmal das Wort an Frau Ulbrich geben. Nächstes Jahr übernehmen Sie auch die Leitung des IT-Planungsrates. Wir haben nächstes Jahr auch eine Bundestagswahl. Ich gehe davon aus, es kommt einiges auf uns zu. Was ist so Ihr Ausblick auf das nächste Jahr? Kommt eine große Verwaltungsreform? Geht es eher so um die kleinen Stellschrauben, über die wir nach der Bundestagswahl sprechen möchten? Und was ist vielleicht auch Ihre Präferenz? Also wir sind ja mit dem IT-Planungsrat gerade dabei, unsere Strategie zu erarbeiten und parallel natürlich auch in die Umsetzung zu gehen. Das heißt, wir werden darauf den Schwerpunkt setzen und das ist unser Programm fürs nächste Jahr tatsächlich. Da haben wir viel zu tun und ich glaube, da wird uns nicht langweilig werden. Vielen Dank. Dann bleibt mir nur noch, mich ganz herzlich zu bedanken bei den Panelistinnen und Panelisten, Frau Ulbrich, Frau Hoppermann, Herr Göbel, Herr von Heling. Das war eine spannende Runde. Ich freue mich auf die weiteren Gespräche auf der SCON. Ich wünsche Ihnen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, jetzt noch eine tolle SCON. Viele gute Gespräche und spannende Diskussionen. Bis dann. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank.